Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Anno1800. Beim letzten Mal, beziehungsweise das erzähle ich gleich, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Und zwar habe ich gerade erfahren, Hugo hat hier wieder mal gekauft. Oh, wir müssen hier aufpassen, am Ende kauft er uns noch die Insel weg. Dann hatten wir noch Ruinen, darum kümmern wir uns. Ach ja stimmt, dieser Rand hier in der Schnapsbrennerei. Ich nehme den Part wieder im Anschluss vom letzten auf, darum nicht wundern. Falls Kommentare da waren, gehe ich da beim nächsten Mal drauf ein. Das ist dann eine neue Aufnahmestaffel. Ja, kann man so sagen. Beim letzten Mal sind wir auf jeden Fall stehen geblieben, dabei unser Schiff auf die Expedition in die Arktis zu setzen. Das werden wir hoffentlich heute in dem Part schaffen, das ist zumindest mein Ziel. Und dann können wir uns da ein bisschen ausbreiten und uns langsam um Gas kümmern. Und dann werden noch ein, zwei weitere Mods auf jeden Fall hinzukommen. Das schauen wir dann aber, wenn das da ist. Wir können jetzt mal auch mit den Flugplätzen beginnen. Das ist eigentlich schon viel zu spät. Nein, keine Allianz. Generell, weil ich schon lange mal gesagt habe, falls ihr ja keinen Part verpassen wollt und ihr beispielsweise den letzten oder so verpasst habt, vielleicht hilft ein Abo. Man muss ja das auch immer mal erwähnen. Sonst da ist das vielleicht unauffällig. Oder es kommen ja auch immer wieder neue hier auf dem Kanal. Darum, wenn ihr wollt, gerne abonnieren. Wenn nicht, dann kriegt ihr hoffentlich trotzdem die nächsten Parts mit. Da ist aber YouTube immer ein bisschen merkwürdig. Wobei ich muss sagen, auf dem PC klappt es relativ gut, aber auf anderen Geräten eher so naja. Judy, wir machen in der Zwischenzeit, schauen wir mal, ob drüben irgendwelche Items im Angebot sind, die wir uns gerade schnappen können. Und zwar haben wir dafür ja unseren extravaganten Dampfer hier wieder hingeschickt. Und haben Piratenkanonenboot ist, glaube ich, schlecht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ah, da kommt das andere Schiff. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Sinn gemacht hat. Wir müssen auch ein bisschen aufs Geld achten. Vier Millionen. Luftschiffe haben wir noch keine. Das wird vielleicht jetzt was. Wäre cool, wenn man Items decken könnte. Weil Wein geht uns langsam aus und ich möchte eigentlich keinen eigenen Wein produzieren. Zumindest aktuell noch nicht. Früher oder später müssen wir das. Einfluss Weinkeller, Rumbrennereien und Hacienda-Weinkeller. Was soll denn das? Der Versuch war... Interessant. Ach stimmt, die hat ja gar keine Materialien dort. Ja, das wird einfach in 10 Minuten. Ähm... Wir handeln weiter. Habe ich nur gewundert, weil da unten plötzlich das Angriffssymbol kam. Beeinflusst alle Wohngebäude. Sorgt für zusätzlich aus Schnaps, Bier, Rum, Hochhäldern, Taschen und Schmuck und Phonografen. Und zusätzliche Zufriedenheit. Ist zwar jetzt kein schlechtes Item, aber... Nee. Nein. Oh, du bist... Ach nee, der war auch schlecht. Beziehungsweise nicht schlecht, aber nicht mein Spielstil. Goldschmied. Zusätzlich waren Taschenuhren. Und ohne Perlen. Jetzt müsste ich wissen... Boah, wie habe ich... Wofür war noch Gold gebraucht? Also wofür haben wir das noch gebraucht? Ich nehme es mal mit. Weil ich glaube, ist kein schlechtes Item. Aber... Das ist auch nicht mein Must-Have-Item. Alle Minen. Minus Wartungskosten und Arbeitskraft. Das ist gut für so Mini-Inseln. Goldbahn verarbeitet das Gebäude Messing. Weiß ich jetzt nicht. Messing finde ich beschissen als Gold. Darum... Ja, aber vielleicht auf Masse. Anscheinend kommt da wieder ein Item. Äh, wieder ein Schiff. Äh... Hm. Brillenfabrik haben wir, glaube ich. Ach ja, haben wir schon. Sieht man am Item. Oder an diesem Bildchen. Hm, Zieglein und Betonwerke. War auch... Es wundert mich, ich warte noch auf ein Item. Das nehmen wir auch nochmal mit. Oh, wir müssen aufpassen. Warte noch auf ein Item für... Für die Häuser. Aber das kam noch nicht. Ein... Ah, eher gelehrten Häuser. Vergiss es. Haben wir noch gar nicht. Wäre auch vielleicht etwas. Wobei, da müssten wir wieder, glaube ich, die neue Welt... Äh, die... Wieder in Besa. Versuchen. Ja, der kann halt hier gar nichts machen. Also, der kann gerne es versuchen. Ja, ich baue es halt wieder auf, so. Ja. Von mir aus. Alles wird von der Flut verschlungen. Wir hatten einen Monitor. Nee. Ja, wir sollten... Ziel verloren. Ja, lassen wir mal. Mal gucken. Ach nee, das sind jetzt die, da kommen... Das kommt jetzt 10.000 Mal. Äh... Von weg, okay. Wundert mich. So, du hast noch 5 Minuten. Viel Spaß wünsche ich dir. Das wird nix. Die Insel ist bald wieder mein. Und hier... Ist auch eine Musik, die mir nicht gefällt. Achso. Das ist immer noch das hier. Der Versuch ist interessant. Also, wir merken ja auch schon, dass wir Probleme haben, wenn wir mit vielen Schiffen kommen. Und die denkt sich so einfach, ja. Nehmen wir mal ein paar. Also, 2, 3. So, wir haben jetzt hier Schnaps. Das ist voll. Deswegen müssen wir eine Route machen. Deswegen habe ich zwei von den Schiffen mir geholt. Ähm, Handelsroute. Und zwar von hier zu dem da. Und dem verkaufen wir jetzt jeden Scheiß, den wir nicht brauchen. Und zwar ganz viel Schnaps. Wo haben wir es denn? Hier. Einladen. Kann ich das? Ja, perfekt. So. Und da kommt dann noch... Du kommst da auch noch drauf. Machen wir annehmen. Und wir stellen ein Limit ein, dass es nicht komplett leer gekauft wird. Also wegtransportiert wird von einer Mindestmenge von 100. So. Genau, wir können den Luftschiff-Hangar ausbauen. Oh, weiter geht das. So, hier haben wir... Oh, ein schönes Bild. Ein schönes Bild. Ähm. Okay, wir gehen zur Arktis. Ich würde sagen, nach Süden dann weiter. Vorgelesen habe ich das euch ja schon immer im ersten Projekt. Darum, ich hoffe, ihr... Wenn ihr es lesen wollt, ich lasse es immer kurz da. Ich lese es jetzt aber in dem Fall mal nicht vor, oder? Ach, ein arktisches Willkommen an der Chilling-Meer-Enge. Als sie sich der Küste nähern, kommt eine von Menschen errichtete Gebäude in Sicht. Wahrscheinlich ein verlassenes Kontor der Hoodlesson Bike Company. Es trotz dem Wind, die einst roten Bretter stark verblichen. Falls Sir John und seine Mannschaft hier vorbeigekommen sind, haben sie sicherlich Halt gemacht. Wie sollen wir denn dort, äh, dorthin kommen, fragt ein Schiffsjunge. Ihm ist aufgefallen, dass eine Eisschicht, äh, ihr Schiff vom Kontor trennt. Ja, ich würde sagen, ähm, die sichere Route nehmen und die Risse umgehen. Die Instinkte ihrer Besatzung sind zuverlässig. Mit sicherem Abstand zueinander bewegen, äh, bewegen sich die Seeleute zügig voran und umgehen dabei die Risse und dunkleren Bereiche, die ein Anzeichen für dünneres Eis sind. Sie erreichen das verlassene Gebäude ohne Vorfälle. Sehr schön, damit gehen wir weiter. Ein bisschen Kaffee. Wärmt ja auch von innen dann. Ähm, ah ja, das ist schön, dass die hier das jetzt benutzen. So, jetzt können wir nämlich, jetzt, also wir werden jetzt wahrscheinlich... Habe ich hier das gegeben? Passt schon. Passt schon, ähm. Tolles Lager, ja. Kartoffeln werden jetzt wahrscheinlich abnehmen, so schnell wie das hier produziert wird. Äh, und der Rum wird auch steigen. Das Gute ist, ja genau, Rum ist jetzt voll. Ähm, dat ist schön, weil das gibt auch nochmal ein Plus und die sind natürlich glücklich, ja. Ja. Kann man versuchen. Ja. So, sind wir... Oh, wir sind immer noch bei 105.003 Minuten noch. Dann wird's erst wieder günstiger. Capture Lani, ähm. Ja, ich tippe mal Rum wird jetzt sehr schnell hochgehen. Das Gute ist, wir werden jetzt nie Rum brauchen. Also, wir müssen es nirgendwo anderes produzieren. Das ist ganz, ganz angenehm. Die Kartoffeln gehen natürlich jetzt runter und zwar ziemlich zügig. Das wird noch stärker fallen, ja, minus sieben. Aber wird noch mehr. Was man natürlich machen kann, man kann, äh, die Kartoffelhöfe runterboosten. Hilf unter Beschuss. Ja, der... Wo kommen jetzt die Materialien her, dass die das machen kann? Das war nur ein Schatten. Hm. Ja, ich glaube, das war oder wird wieder meine Insel. Der Widerstand ihres Feindes Bröckel. Sehr nice. Wer damit. Versuchen konnte ich sie es ja mal. Ist so. Das hast du schon beim letzten Mal gesagt. Es wird echt Zeit, dass wir die vielleicht mal auch irgendwie in der neuen Welt oder so angreifen, damit jemand merkt. Keine gute Idee. Weil diese Bomberschiffe, oder gibt es irgendwie hier die Möglichkeit, dann müssen wir mal gucken, wenn das abgeschlossen ist, irgendwelche Luftschiffe zu bauen, die andere Luftschiffe kaputt machen. So können wir die vielleicht ein bisschen verfolgen. Ja, vielleicht jetzt etwas, was mir spontan einfallen würde. Ist das ideal? Nein. Ach, guck mal. Jetzt weiß ich auch. Nee, bleib mal hier. Jetzt weiß ich auch, warum... Irgendwo hatten wir noch Items. Ähm, die wir... War das hier jetzt? Produktions... Oh, wow. Würde... Würde halt immer Strom liefern. Aber wir tun den mal rein. Und dann hätte ich gerne... Monografen und Taschenuhren. Ja. Das ist gerade das, was vielleicht am besten passt. Wie sieht es aus mit den anderen Sachen? Hier gibt es ja überhaupt nichts. Hm, Schokolade bräuchten wir mehr. Kaffee auch. Ja, da kommen die Kaffee-Schiffe. Wir müssten theoretisch unten mehr produzieren, oder... Ja, nee, am Lager dürfte es... Am Lager dürfte es nicht liegen. Und das müsste passen. Wie sieht es denn aus? Äh, nimmt stark ab. Ja, minus 48. Das, äh... Ist aber kein Thema. Wir haben an Einfluss gewonnen. Wobei, wir können natürlich hier oben... ...erst mal... ...die wegbeißen. Das reicht immer noch locker. Und wir haben einfach Platz dann. Weil sonst, da meckern die dauernd halt. Ja. So, die Nordpassage geht weiter. Pulsom Bay. Immerhin bietet es uns Unterschlupf, stellt der Käpt'n fest. Die Männer schließen die Türen gegen den Wind und sehen, dass das Innere des Gebäudes von Frost bedeckt ist. Frostige Haken hängen von den Balken. Die Überreste eines kurzlebigen Fellhandels. Unterschlüpfe sind hier draußen so selten. John hätte sich die Gelegenheit sicherlich nicht entgegen lassen. Es müssen Spuren von der verlorenen Expedition zu finden sein. Ja, dann, äh... Schauen wir doch mal. Keine Spur. Die Hütte müsste seit mindestens 10 Jahren leer stehen. Und hier, äh, sind genau... Was? Und sind genau so. Diese Hütte müsste seit mindestens 10 Jahren leer stehen. Und sind genau so, wie die Händler, die sie damals verlassen haben. Okay, also es müsste, ja, 10 Jahre leer stehen. Es müssten Spuren im, äh, Staub geben. Verschobene Gegenstände doch nichts. Alles, äh, alles sehen ein, dass Johns Expedition höchstwahrscheinlich nicht hier vorbeigekommen ist. Dann schauen wir mal nach weiteren Informationen. Und gehen... Zur Inuit-Siedlung. Die Mannschaft markiert die Position der Inuit-Siedlung auf der Karte und setzt Segel. Okay. Weiter geht das. So, wie sieht's jetzt aus? Boah, minus 60. Das ist aber auch ein krasser Wert. Bei wie viel sind wir hier? Ach, wir haben ja hier Strom. Stimmt ja. Knapp's Brenner rein. Hm. Nehme ich Strom raus? Das geht ja immer höher anstatt weniger. Wir reißen nochmal die Reihe weg. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Äh, Nicht-Angriffspakt mit Bente. Ja, okay. Müssen wir mal kurz hier, Hugo. Äh, was? Das? Wir sind mit der Piratin bei 100. Absolut sicher. Ja. Hier sind wir sogar auch mittlerweile komplett überlegen. Handelsrecht sagt er nein. Ich sehe, Sie haben völlig recht. Meine Lieben sind gesund. Eingeschränkt. Ja, für 11.000. Wir sind alle im Säden. Hier wird immer noch exportiert. Das ist gut. Wir können natürlich das auch nutzen, beziehungsweise dann ist Rum, glaube ich, aber besser. Nutzen wir mal den Rum und holen uns Sachen. Wie zum Beispiel... Sehr schön. Wie zum Beispiel... Eisen, ja. Und wir tauschen 500 dagegen ein. Wo kommt die... Achso, die Baumwolle kam ja von unten. Stimmt. Haben wir da über... Ja, doch haben wir noch. Ähm, ja. Ein bisschen Rum gegen Eisen. Was können wir noch mit Rum tauschen? Vor keinen Wunen sind wir jetzt fast schon voll. Ähm... Wie sieht so Seife aus? Haben wir. Bananen und so. Ja, bräuchten wir für die Weltausstellung dann. Ist jetzt aber nicht mein Must-Have gerade. Wie sieht es aus mit Holz? Haben wir auch. Ja, wir können doch Kartoffeln tauschen. Guck mal. Dann kriegen wir mehr Rum für mehr Kartoffeln. Also, aus Rum... Machen wir wieder noch mehr Rum irgendwie. So. Und dann... Oh, der läuft ein gerade. Sehr schön. Das heißt... Moment. Wir machen mal langsam. Können wir noch irgendwas tauschen schnell? Wir haben ja 1500 Rum. Ähm... Rum gegen... Ah... Meist ist egal. Wie sieht es aus? Wurst? Haben wir jetzt immer voll? Knaps? Ja, brauchen wir gar nicht. Ähm... Ja, dann nimm gebackene Bananen für später. Tauscht da mal zwei. 200er einfach. Dann können wir wieder schnell machen. Expedition. Weiter geht's. Nanooks Weg. Die Inuit-Siedlung... Das lese ich nicht vor. ...ist zwei Tagesmärsche über die ungeschützte eisige Ebene entfernt. Eine kleine Gruppe bricht dorthin auf und lässt die anderen auf See zurück, wo sie auf die Rückkehr ihrer Kameraden warten. Der Marsch ist beschwerlich, doch die Männer werden von etwas anderem abgelenkt. Als die Nacht hereinbricht, sind sie sicher, dass sie verfolgt werden. Ein Lager für die Nacht aufschlagen und Wache halten, trotz der Kälte und der Erschöpfung weiterlaufen. Ja, das 50% natürlich. Ein Wachmann mit gutem Gehör hält Nachwache. Im Dämmerlicht der Mittags... äh... Mitternachtssonne des arktischen Sommers hört er das Kratzen von Bärenklauen auf dem Eis. Der Eisbär versucht sich anzuschleichen, doch der Wachmann ist vorgewarnt. Seine Kameraden schrecken vom Knall seines Gewehrs auf und finden einen großen toten Eisbär zu ihren Füßen. Sie feiern ihre Trophäe und machen sich bald auf den Weg nach... also zur Inuit-Siedlung. Das ist, äh, gut gelaufen. Wir sind bei 70% Moral auch noch. Das kann sich, äh, sehen lassen. So. Ah, während dem Ding... Lübenfabrik, okay. Während dem, äh... Event wird das Spiel anscheinend pausiert. Auch spannend. Ah, jetzt brauchen wir hier kurz... Bei plus 1 nur Ingenieure und Ding. Die sind echt nicht zufrieden. Warum? Warum können wir hier mal wieder... Können wir natürlich hier... Ihnen gönnen. Ja, Taschenwohnen und Hochrädern sind besser für die vorbehalten. Das stimmt schon. Mh, wir haben aber auch noch... Ja, wir haben halt wieder... Ich würde erst mal warten mit dem Einfluss. Achso, wir könnten auch mal... Einen Dampfer bauen und schon mal... Ressourcen... Vorbereiten. Um dann oben hinzukommen. Müsst du mich verarschen? Ne, der extravagante Dampfer kann bleiben. Du kannst ruhig das Schild machen. Er hält ja ein bisschen was aus. Also, ist schon eine Frechheit. Bleib' ich ehrlich. So, das reicht. Jetzt können wir aber weiter tauschen. Danke für die Erinnerungsspiel. Mh, Kraftwerke? Ne. Wohnhäuser gelernt? Ne. Mh, gibt nix. Schreinereien und Fensterfabriken. Gibt Holzfurniere? Das bräuchten wir. Für die Fensterfabriken vielleicht ganz nice. Ist das mir eine Million wert? Ach, scheiß drauf. Ähm, Goldschmied. Das ist, glaub ich, gut. Ist die da rein? Ne, Dynamit. Ist, glaub ich, so ein Item... Was nochmal in den DLCs irgendwie wichtiger wird. Aber gerade... Also, vor allem bei dem Hochhäuser-DLC. Aber gerade ist das mir relativ... Wum, Piratenkanonenboot... Ah, königliches Linienschiff nochmal, theoretisch. Aber haben wir ja schon. Ähm, Siederei? Ne. Piratenfregatte. Was war die Fregatte nochmal? Aber nö. Großküche. Here we go again. Das nehmen wir doch. Damit sollte die Schokolade auch gedeckt sein. So. Die Inuits sind überrascht über den Besuch von Fremden, aber nicht aggressiv. Sie bereiten... Buch? Sie bereiten eine Mahlzeit für die Mannschaft zu und versammeln sich um ein Feuer, während die... Äh, während sie Schilderungen von dem Zusammentreffen mit dem Bären lauschen. Nachdem sie eine Weile unterhalten und kennengelernt haben, fragen die Besatzungsmitglieder nach der verschollenen Expedition. Sie versuchen, die Männer ihre Kleidung und die Schiffe zu beschreiben. Die Inuits besprechen sich untereinander und einer von ihnen zeigt einen Gegenstand, die aussehen, als hätte sie die verlorene Expedition gehört. Ähm, fragen woher sie das Ding haben? Handeln? Ich hab halt nix zum Handeln. Ja, fragen woher. Tapesa erklärt geduldig, dass sie vor etwa einem Jahr mit Männern wie den ihren Handel gehandelt haben. Sie fragt nach Kanälen durch das Eis und tauschte ihre Habseligkeiten gegen Informationen ein. Sie zeigt auf der Landkarte auf die Westküste von Terrier Island. Okay, dann nochmal voran. Du kehrst zurück und dann bereiten wir auch schon mal die Sachen vor. 82. Ich hätte kein bisschen mehr, bin ich ehrlich. Derivativ, oh. Derivativ. Oh, okay, das gibt nochmal einen guten Einfluss. Ähm, damit können wir sogar... Ja, können wir machen. Ähm, können wir den hier einsockeln. Dann gibt's hierfür zumindest Zigaretten. Ich glaub, das lohnt sich sogar. So, da können wir nicht weitermachen. Hier müssen wir fertig sein, genau. Und jetzt fehlen noch Fenster und das haben wir auch. Easy. Dann mach das und dann können wir die Luftschiffe bauen. Wie sieht's jetzt hier aus? Ähm, das nimmt ab. Ja, weil wir das da und raus handeln. Das nimmt auch ab, aber eigentlich nimmt's zu. Und du nimmst wieder zu. Okay, das heißt, wir können noch ein paar... Bauen. Sechs Stück mit Strom. Ja, müsste grob hinkommen. Ähm, was haben wir jetzt eigentlich für Level? Wir müssten ja jetzt hier mindestens mal... Warum haben wir das nicht eigentlich? Ein letzter Blick. Ähm, gleich. Wir haben hier noch ein Depot. Ja, komm, wir machen gleich erste. Ein trampelt Stadt nieder. Ist jetzt nicht die News, die ich irgendwie präsentieren möchte, bin ich ehrlich. Ach, nein, jetzt haben wir ja so viele Einfluss. Oh, nein. Ähm. Ja, wir können ja nochmal... Was ist der Schneid? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt. Ich weiß es immer noch nicht. Okay, jetzt haben wir wieder Einfluss. Ähm, ist denn mittlerweile mein Schiff hier? Ne. Noch nicht. Ähm. Ja, den hier fehlt noch ein bisschen Strom. Das kriegen wir aber auch noch hin. Das sollte was werden. Gut. Ähm. Dauert kurz. Die Schiffe, wie gesagt, belade ich dann gleich. Mit Stahl, mit Siegeln. Ich glaube, Fenster haben wir nicht gebraucht, darum Bretter. So, hier kommt gerade das Schiff. Bisschen angeschlagen. Ähm, hier können wir auch mal upgradeen. Schiff vom Stapel gelaufen. Erhöhen. Raut rein halten. Dann kann man das hier hin stellen und dann sind die auch gleich bereit. Expedition könnten wir auch machen. Ähm. Ich würde die Schiffe schnell beladen, weil es könnte sein, dass das jetzt dann schon die letzte Mission ist. Deswegen würde ich das gerne mitnehmen. In der Hoffnung. Das ist alles bereit. Aber okay, ein bisschen sehr schnell. Das, äh, halt im Wind bringen, also haben die Schiffe keinen Bonus. Das ist halt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ohne. Ach hier. Äh. Jahrhundert, Jahrhundert ist echt. Ist ein guter Stack. Nehme ich noch mal ein bisschen was mit davon. Ziel verloren. So, einmal stark. Dann Expedition. Die Meerenge. Die Westküste von Terrier. Terrier Eastland ist übersät von riesigen Hörnern aus Eis. Es wird eine Herausforderung, sie zum Fahren. Werden die Meerenge irgendwann wieder aufs offene Meer füllen oder wird das Schiff am Ende feststecken? Sie können entweder vorsichtig hindurchsteuern, sich von einem nahegelegenen Felsen aus einen besseren Überblick verschaffen oder Kundschaft da in Ruderboden vorschicken. Ah, hm. Wir gehen mit... Wieder den 50%. Ach komm. Äh, die Meerenge, die See... Äh, See... Äh... Ah, da wird die wieder irgendwas weggepumpt haben. Die Seeruppen folgen, das ist... Die Antwort. Nicht, äh, und nicht nur Robben. Mit ihren Ruderboden können ihre Kundschafter sogar ein Badwal folgen, als er zum Luftholen auftauchte. Er führt sie aufs offene Meer und die Expeditionsschiff... Und das Expeditionsschiff folgt ihm. Die Mannschaft fährt in die King-William-Meerenge, eine majestätische Wasseroberfläche, die nach King-Williams-Island führt. Lady Feldfull hat etwas gespürt, erscheint an Deck und erzählt von der großen Herausforderung, die aus ihrem Herzen spricht. Oh, das macht mir ein Geschenk, nice. Ja, das müsste die Region sein, die Arktis. Wir können nicht erwarten, sie gleich zu finden. Dies ist eine riesige Wildnis. Es ist zwei Jahre her. Und die Admiralität sagt, sie hätte alles versucht. Aber die haben ja auch keinen Ehemann verloren. Noch ist ihnen in den Sinn gekommen, den King-Williams-Sund abzusuchen. Da! Ein Lager! Verlassen. Aber das haben wir schon erwartet, nicht wahr? Mein John hat einen schönen Platz ausgesucht. Vielleicht gibt es Hinweise, wo sie hingegangen sind. Ich hatte ihnen Belohnungen versprochen. Hier, dafür, dass sie Johns Lager gefunden haben. Dankeschön. Ich muss sagen, ich mag die Arktis. Das ist eine echt... eine echt coole Map. Hm, let's go. Wir müssen, glaube ich, nur hier... Ah, guck mal. Moment, dann, äh... Capture Lourney. Und dann... Arktis, King-William. Here we go. Neues Spielgebiet. Sehr schön. Damit haben wir jetzt alle Regionen, die... im DLC-Bereich möglich sind. Man kann mit Mods noch ein paar mehr reinholen. Aber, äh... Erstmal... Erstmal nicht. Entfernen sie die Lager. Ich würde jetzt gern kurz mal gucken, warum... Der meckert doch hier wegen... Verbessern sie ihre Exportwaren. Exportvolumen. Das heißt, ich musste einfach nur mehr exportieren, wahrscheinlich. Das heißt, ich stelle mal hier 600 ein. Damit müsste es auf jeden Fall gehen. Eisen sind wir nämlich voll. Ähm... Ja, deswegen, die meckert hier auch noch. Aber wird hoffentlich irgendwann. So, äh... Ja, Arktis, let's go. Kurz haben wir noch, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können überall schon mal draufklicken. Ja. Erledigt. Sir Johns Habseligkeiten. Halt! Ein Haufen aus Steinen, aufgestapelt von einem Hochländer, ist unsere Zeit wohl wert. Wenn du meinst. Ich könnte mal schon mal zurückschicken. Ja, das ist leider so ein bisschen, hm. Johns Tagebuch. Öffnen sie es. Er wusste, dass wir ihn suchen würden. Wo hab ich das jetzt? Das hab ich jetzt hier rein, gell? Ja, können wir öffnen. Oh nein, das lese ich erst beim nächsten Mal vor. Ich hoffe, ich denke noch dran. Ihr könnt aber schon mal selber lesen, wenn ihr wollt. Vielleicht können sie uns helfen. Können wir, äh, können sie vielleicht. Aber dazu brauchen wir erst mal unsere extravaganten Dampfer jetzt hier. Warum so gemein? Ähm, wir machen hier kurz weiter und zwar das hier Fertigstellen. Damit können wir jetzt offiziell auch, wenn wir noch ein bisschen Gas hätten. Ein beeindruckendes Konstrukt, das muss ich schon sagen. Ja. Was hat die? Die hat die Dinger hier gebaut, gell? Bewaffnet. Das Schöne ist dadurch, dass hier niemand auf dieser Insel, äh, auf dieser Map noch ist. Gibt's keine Luftschiffe, die mir hier irgendwelche Flugblätter runterwerfen. Zumindest glaub ich das. Das ist dann ganz gut. Die Post ist voll, die Lokale. Das ist auch gut soweit. Und wir haben einiges an Einfluss, weil ja, naja, Stufe ist immer noch nicht aufgestiegen. Ziel verloren. Ziel verloren. Ach ja, du wurdest angegriffen. Hm, ich kümmere mich mal kurz drum. Deswegen haben wir so viel Einfluss. Wir haben an Einfluss gewonnen. Ich weiß halt auch nicht, man könnte das jetzt natürlich ganz wild hier auch irgendwie aufteilen. Das wäre ein geeigneter Ort für mein neues Basislager. Vielleicht klappt das besser. Ich meine, so viele Schiffe kommen hier ja zum Glück nicht hin. So vielleicht? Macht man... Hm. Wir haben alles jetzt ein bisschen vorgezogen. Das heißt, so leicht kann die das gar nicht wegspringen. Wenn die das möchte. Äh, wo willst du hin? Äh, ja. Viel Spaß. Das kannst du machen. Gut, gut, gut. Dann, äh, die Schiffe. Ja, Ziel verloren. Die Schiffe brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen die extra verganten Dampfer. Oh ja, geht eigentlich sogar. Aber doch. Ja, ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Beim nächsten Mal dann beginnt die richtige Arctis-Action. Ich freue mich. Da ist ein bisschen kühler. Ich würde mir wünschen, das wäre hier auch in Real Life so. Aber naja, was will man machen? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020